Mein Herrschaft, ne? Mal gucken. Mal gucken, ob das hier so... Nimm mal die hier. Herrschaft, rückt aus und sichert das Zielobjekt. Nutzt alle Sinne. Sie entführen, fühlen sich und schief. Wir halten Abel. Wir halten Baker. Wir liegen in Führung. Ich bin selber fein. Ach, Mann. Betäubungsachtung! Betäubung! Wir nehmen Baker ein. Der Brache ist süß. Genagelt! Ich habe einen Kord gesetzt. Wir nehmen Charlie ein. Das war ein bisschen komisch gerade. Oha! Wer's eine Betäubungsgrasse hat! Die Linie halten! Nimm Charlie ein! Werfe Beteuerungsgranate! Alliierter Mörserbeschuss unterwegs! Alliierter Gleitbomber unterwegs! Ein Wachhund ist auf dem Weg! Vorsicht, Termin! Vorsicht, Beteuerungsgranate! Ja, klar! Wo ziehn ich denn hin? Wir verlieren viel Baker! Baker wurde überrascht! Abel wurde überrascht! Wir verlieren viel Baker! Vorsicht, Molotow! Sie nehmen Charlie ein! Ach! Das wäre schön, wenn ich eine bessere Bakke habe! Ja, ich war zwar auf Kopf, aber ach warum? Hm! Werfe Beteuerungsgranate! Aufklärung gestartet! Wir haben Augen am Himmel! Weiter so, dann schaffen wir's! Boah! Ja! Ho! Hau! BETEUUBUNGSMarie! Ja, klar! Komm hier! ja in der luft selbst einen kopf Was ist das? Mist. Schade. Charlie Nein Baker ist verloren Wir nehmen Baker ein Baker abgeriegelt 1 2 www 2 1 1 2 1 1 1 1 wir verlieren ziel able ok 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 ja mann wir verlieren ziel baker die runde machen wir den stark zu feindlicher todbringer nähert sich ja dann gehe ich doch nie die runde die runde die runde die runde die runde rach ist siehst 47 420 Genau, er steht da an der Ecke. Verteidigungen. Naja, läuft doch. Bill sucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.